Er zählt, ihren Hund hat seinen eigenen Adventskalender und er kriegt an Weihnachten seinen Knopf auch ein. Sehst du, wir müssen da nur immer aufpassen, dass er es doch wieder nicht mitfrisst. Das war ein Joschi. Joschi, pack's auf. Stimmt, ja, ja. Zieh, zieh. Menno, schau, das ist so. Joschi, mal aufnehmen. Los. Sie hat gesagt, sie hat die Entstehensgeschichte, die sie vorlesen. Genau, weiter. Sehr schön. Schätzungs, die kann ja schön vorlesen. Applaus. So, und jetzt? Krieg erst du dein...